Als Zivilreligion fügt sich das Christentum passgenau in das System der modernen Gesellschaft. Ganz anders ist es mit dem Islam. Man könnte den Kulturkampf um den Islam in Deutschland durch eine ganz einfache Unterscheidung entspannen. Es gibt nämlich dreierlei Islam. Als Privatreligion, als politische Religion und als Fundamentalismus. Den Islam als Privatreligion sollten wir uneingeschränkt und von ganzem Herzen anerkennen. Den Islam als politische Religion anderer Staaten sollten wir diplomatisch auf die Sanz halten. Und den Islam als fundamentalistische Herausforderung der modernen Welt sollten wir bekämpfen. Sehen wir näher zu. Als privater Glaube gehört der Islam genauso zu Deutschland wie der Buddhismus oder die Zeugen Jehovas. Doch der Islam macht es dem Gläubigen schwerer als jede andere Religion, sie als bloße Privatsache zu behandeln. Das kann man an dem entscheidenden Sonderfall der Türkei sehr gut beobachten. Die laizistische Begründung des Staates, Türkei, und die Schriftreform durch Atatürk haben den Islam politisch durchgestrichen. Doch diese Privatisierung der Religion Islam ist gescheitert. Und hier gilt es, auf Symptome und Symbole zu achten. Das Kopftuch ist keine Mode, sondern ein Zeichen der Abschließung gegen die Welt. Und die Moschee ist nicht nur eine Kirche, sondern die wahre Versammlung des Volkes. Den Schweizern, die Minarette verboten haben, geht es nicht um Architektur, sondern um politische Symbolik. Ganz anders steht es mit dem Islam als politischer Religion. Für uns ist das zunächst eine Frage der Außenpolitik. Mit der politischen Religion Islam muss man umgehen wie mit dem diktatorischen Kapitalismus Chinas. Diplomatisch, also mit intelligenter Distanz. Leider ist die politische Religion Islam aber auch ein innenpolitisches Problem Deutschlands. Das Scheitern Atatürks hat für uns bis heute spürbare Konsequenzen. Und hier ist Diplomatie fehl am Platz. Die rechtliche und politische Situation ist für uns eindeutig. Wenn das Reich Gottes gepredigt wird, dann kann der moderne Staat das tolerieren, solange es irgendwie metaphorisch, also spirituell und innerlich gemeint ist. Nicht aber als Aufruf zur politischen Gottesherrschaft. Der säkulare Staat kann den Gläubigen also nicht politisch in seinem Glauben ernst nehmen. Wie in anderen Lebensbereichen auch, wird die Forderung nach Gleichheit vom Staat in Form von Gleichgültigkeit erfüllt. Einheit oder Trennung von Politik und Religion, das ist die Frage. Und für uns Europäer kann es nur eine Antwort geben. Strikte Trennung. Islam heißt aber Unterwerfung des ganzen Lebens unter die Gebote des Koran. Wir haben es hier mit einer Religion vor der Aufklärung zu tun. Es ist deshalb unsinnig, die Gefahren des politischen Islam mit Hinweis auf die historischen Gräueltaten des Christentums zu relativieren. Die Kreuzzüge sind abgetan, die islamistische Gottesherrschaft aber nicht. Für die Muslime ist der Koran das Wort Gottes. Dagegen heißt Aufklärung, die Heilige Schrift als Literatur zu lesen. Es gibt im Islam weder eine institutionalisierte Deutungskompetenz noch eine historisch-kritische Theologie. Deshalb ist es sinnlos, eine spirituelle Wahrheit des Islam gegen seine politische Machtform auszuspielen. Koran-Zitate dienen Seminaristen genauso gut wie Terroristen. Der Islam ist eine Religion vor der Aufklärung. Das wird durch einige aufgeklärte Moslems verschleiert, die regelmäßig in den Talkshows auftreten. Das Christentum ist eine Religion nach der Aufklärung. Das wird allerdings durch einige unaufgeklärte Christen verschleiert, die dann von den Massenmedien als ewig gestrige vorgeführt werden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen islamistischem Fundamentalismus und Terror. Mit der Globalisierung der kapitalistischen Wirtschaft hält nämlich die Globalisierung des radikalen Islam Schritt. Immer mehr Menschen des strengen Glaubens stehen gegen die säkulare Weltgesellschaft auf. Das Erschrecken darüber hat Gilles Keppel in eine poetische Formel gebannt. Die Rache Gottes. Die von der Aufklärung verdrängte Religion kehrt wieder und schickt sich an, den Prozess der Modernisierung zu revidieren. Wie konnte es dazu kommen? Die katastrophale Bilanz der islamischen Welt, was Freiheit und Demokratie, wirtschaftlichen und technischen Fortschritt, Gesundheit und Erziehung, Menschenrechte und emanzipatorische Werte betrifft, lässt sich letztlich wohl nur durch ihre theokratische Knebelung erklären. Hinzu kommt die nostalgische Verklärung der klassischen arabischen Zivilisation, die als Opfer westlicher Gewalt von den Kreuzzügen bis zum europäischen Kolonialismus dargestellt wird. Gestützt wird diese Ideologie von westlichen Intellektuellen, die ihre eigene Kultur verfluchen und die islamische romantisieren. Der islamische Fundamentalismus ist die Vorwärtsverteidigung einer Tradition, die sich nicht mehr von selbst versteht, weil sie von Modernisierungsprozessen ausgehöhlt wird. Der Fundamentalismus stammt also nicht aus dem Volk, sondern er ist Traditionalismus als intellektuellen Rhetorik. Der islamische Fundamentalismus hat also nichts mit konservativer Traditionspflege zu tun. Er ist die intellektuellen Erfindung einer reinen Wertevergangenheit, auf die man sich dann mit moralischer Aggressivität berufen kann. Sein weltweiter Erfolg beruht darauf, dass der islamische Fundamentalismus heute, nach dem Untergang der großen politischen Ideologien, die weltweit massenwirksamste Form ist, in der man den antiwestlichen Affekt organisieren kann. Die Fanatiker nehmen sich der Menschen an, die die Weltgesellschaft aus sich ausgeschlossen hat. Wer in der Gesellschaft keine Anerkennung findet, sucht sie gegen sie. Die Glaubensfanatiker haben kein Interesse am Marktplatz der Ideen. Sie haben ja die Wahrheit und deshalb haben sie kein Interesse an einer anderen Wahrheit. Und im islamischen Dogma haben wir den eigentlichen Gegensatz zum liberalen Dialog. Es kodifiziert die Wahrheit des rechten Glaubens und kann deshalb in unseren westlichen Spitzenwerten wie Offenheit und Diversität nur gottlose Verirrungen sehen. Wenn Islamisten zu einem Dialog der Religionen bereit wären, gäbe es keinen Grund mehr für einen Dialog. Es ist ja längst eine kulturhistorische Selbstverständlichkeit geworden, davon auszugehen, dass das Abendland zwei verschiedene Wurzeln hat, nämlich Athen und Jerusalem. Viel Hellenismus und Christentum vertrugen sich aber nicht. Da die abendländische Kultur nun ihre christliche Grundlage nicht aufgeben konnte und ihr Ideal der griechischen Antike nicht aufgeben wollte, wurde sie in sich selbst kritisch. Und genau diese Selbstkritik macht die westliche Kultur bis zum heutigen Tag einzigartig. Sie ist die Quelle intellektueller Exzellenz. Die Selbstkritik des Westens hat allerdings längst pathologische Züge angenommen und dafür gibt es einen massiven Grund. Weiße europäische Männer haben das Abendland geprägt und das ist ein Ärgernis. Als Reaktionsbildung darauf hat sich in intellektuellen Kreisen eine düstere Selbstbestreibung durchgesetzt. Hier schlägt die aufklärerische Kritik in Heuchelei um. Die Intellektuellen rechtfertigen sich selbst, indem sie sich nach dem Muster Rousseaus selbst bezichtigen. Dabei projizieren sie das Schuldgefühl der modernen Gesellschaft in die zeitliche und räumliche Ferne, als Kolonialismus, Rassismus und Faschismus. Um dann anklagen zu können. So treten die Aufklärer und Kritiker die Nachfolge der Pneumatiker an, von denen Paulus so schön sagt, sie sind die Richter, die nicht gerichtet werden können. ... Zusammenhang konstruiert, aus dem uns nur die anderen erlösen können. Wer Europa so von innen betrachtet, bedient bestens die antiwestlichen Affekte derer, die Europa von außen betrachten. Am Multikulturalismus ist wahr, dass wir die anderen brauchen. An der Forderung nach einer Leitkultur ist wahr, dass wir die anderen nur anerkennen können, wenn wir unserer Toleranz eine Grenze setzen. Nur wer selbstbewusst ist, kann auch offen sein. Wer keine eigenen Werte zu verteidigen hat, kann auch nicht tolerant sein. Aber wie sollte man sich als guter Europäer seiner Identität vergewissern, wenn nicht in der kritischen Identifikation mit der Geschichte des christlichen Abendlandes? Es geht um die christliche Religion, wie sie sich in den Traditionen und Institutionen der europäischen Kultur manifestiert. Im aktuellen Kulturkampf um den Islam in Deutschland geht es also nicht nur um Kopftuch und Minarett, sondern auch um das Christentum als Zivilreligion und um die Idee Europas. Es geht heute um den Zusammenstoß der abendländischen Werte mit dem Islam. Man muss dem früheren Bundespräsidenten Wulff dafür dankbar sein, dass er ein weit verbreitetes Missverständnis auf eine prägnante Formel gebracht hat. Der Islam gehört zu Deutschland. Das war gut gemeint, aber schlecht gedacht. Wir haben es hier nämlich mit einem klassischen Missverständnis der Religionsfreiheit zu tun. Das Christentum ist in Europa keine Religion unter anderem, sondern der Kern unserer Zivilreligion. Das bleibt von der Zahl der Kirchenbesucher und Glaubensbekenntnisse völlig unberührt. Die Zivilreligion ist der Glaubensinhalt, den man zwar nicht glauben, aber dem man doch Geltung verschaffen muss. Der Kontrast zum politischen Islam könnte gar nicht größer sein. Für den Islam spielt der Nationalstaat keine Rolle. Alles dreht sich um die kleine Gruppe, den Clan, und den großen Glauben, die Umma. Nach wie vor ordnen die Muslime die Welt mit der Unterscheidung der zwei Rechtskreise, Islam und Ungläubige. Genau damit manifestiert der Islam, dass er eine Religion ist, die sich noch ernst nimmt. Er beansprucht nämlich, einen privilegierten Zugang zur Wahrheit zu haben. Zu Recht fordern die Muslime von den Europäern, in ihrem Glauben respektiert zu werden. Und den Islam zu respektieren, heißt, ihn ernst zu nehmen. Doch den Islam in seinem politischen Anspruch ernst zu nehmen, heißt für einen guten Europäer, ihm zu widersprechen. Pauschale Toleranz nimmt die anderen nicht ernst. Von offiziellen Repräsentanten des Islam in Europa kann man immer wieder hören, dass man durchaus bereit sei, die rechtlich-politischen Rahmenbedingungen des säkularen Staates zu respektieren. Für eine Religionsgemeinschaft in der Diaspora müsste das ja auch selbstverständlich sein. Doch hier ist Skepsis angebracht, denn der Islam ist nicht eine Religion unter anderem, sondern die weltweit dynamischste und selbstbewussteste. Eine Religion, die es, wie heute der Islam, auch politisch ernst meint, ist nicht tolerant. Man sollte sich hier nicht von der humanistischen Seminarerfahrung der Religionswissenschaftler und der politischen Korrektheit der Politiker irreführen lassen. Die wollen uns ja heute unisono einreden, der Islam sei eine Religion des Friedens. Eine politische Religion predigt Toleranz aber nur, solange und wo sie nicht an der Macht ist. Die Abwehr einer politischen Religion kann den westlichen Gesellschaften aber nur gelingen, wenn sie eine überzeugende Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Religion finden. Und deshalb müssen wir uns eben mit dem Konzept der Zivilreligion beschäftigen. Die Grundwerte sind das Dogma der Zivilreligion und sie verdecken eine Paradoxie, Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Wolfgang Böckenförde, hat diese Paradoxie klar gesehen. Ich zitiere, Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, dass er um der Freiheit willen eingegangen ist. So Böckenförde. Gerade weil der moderne Staat seine eigenen Grundlagen nicht garantieren kann, ist heute so viel von Verfassungspatriotismus die Rede. Dieser Begriff von Jürgen Habermas suggeriert eine Ersatzidentifikation nach dem Abschied von der Nation. Wenn man aber tiefer lotet, so sieht man, dass diese Rhetorik auf eine Ersetzung der Bibel durch die Verfassung zielt. So soll uns das Grundgesetz als absolute Basis unseres Zusammenlebens dienen. Das Grundgesetz fungiert dann als säkularisierte Bibel. Und tatsächlich haben wir die Menschenrechte zur Zivilreligion sakralisiert. Doch dadurch wird das Grundgesetz überfordert. Die Verfassung schiebt sich vor den Staat und für den Bürger muss es dann so aussehen, als sei unsere Demokratie nicht nur eine Staatsform, sondern eine quasi-religiöse Lebensform. Der Menschenrechtshumanismus funktioniert dann als die Heilsreligion der Demokratie. Sie verkündet Brüderlichkeit, auch Solidarität genannt. Die Grundwerte der Verfassung als Ersatzreligion beanspruchen, eine öffentliche Wertorientierung zu bieten. Diese Wertgebundenheit des Grundgesetzes bringt der Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, die sogenannte Ewigkeitsklausel, zum Ausdruck, die ein höheres Recht gegen die prinzipielle Veränderbarkeit des positiven Rechts schützen möchte. Woher kommt aber dieses überpositive Recht? Der Soziologe Niklas Luhmann meint, indem der Naturrechtsgedanke die Ursachen des Rechts in eine Sphäre außerhalb der Gesellschaft projiziert, verleiht er ihr eine Sicherheit, die durch ein positives, also ständig veränderbares Recht niemals erreicht werden kann. Es muss ein höheres Recht geben, das dem Menschen wesenseigen und nicht nur dem Bürger verliehen ist, sei es von Gott, sei es von der Natur. Die universalistischen Menschenrechte gehören in eine Lehre vom Naturzustand, die den Menschen mit Gleichheit und Freiheit ausstattet. Theologisch betrachtet sind die Menschen gleich in ihrer Geschaffenheit, also in ihrer Zugehörigkeit zur Schöpfungsordnung. Jeder ist eben Bild Gottes und deshalb hat niemand ein Vorrecht. Die Identität des Menschen ist also natürlich und nicht kulturell normativ bestimmt. Und deshalb fällt es dann den Aufklärern nicht schwer, Gott durch die Natur zu ersetzen. Die Menschenrechte gelten nun als vorpositive Rechte, die aus dem Naturzustand in die Zivilisation übersetzt wurden. Und das erhebt sie eben zu überpositiven Rechten. Historisch lässt sich das gut erklären. Die Wiederkehr des Naturrechts nach dem Zweiten Weltkrieg ist eine nachträgliche Abwehrreaktion gegen die Drohung des totalen Staates. Obwohl Naturrecht und materiale Wertethik in der wissenschaftlichen Diskussion längst verabschiedet waren, hat sich die Politik für die Auffassung von Leo Strauss entschieden. Für Strauss war der Zerfall des Naturrechts bzw. seine moderne Zurückweisung der gerade Weg in den Nihilismus. Da man nicht glaubte, mit der Unerkennbarkeit dessen, was gut und richtig ist, Politik machen zu können, berief man sich wieder auf das göttliche Naturgesetz, wie es von Thomas von Aquin ausgearbeitet worden war. Bis zum heutigen Tag spielt das bei Themen wie unverletzliche Menschenrechte, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gerechter Krieg eine Schlüsselrolle. Der Artikel 1.1 des Grundgesetzes lautet bekanntlich, die Menschenwürde ist unantastbar. Es heißt also nicht nur, die Menschenwürde soll unantastbar sein. Das ist eine Beschwörung des christlichen Naturrechts. Mit hoher Absicht wird hier jede Begründung und Erklärung vermieden. Das heißt, die Menschenwürde wird wie ein Tabu geschützt. Ähnlich wie bei den Menschen- und Naturrechten würde man hier vergeblich auf Argumente warten. Rein philosophisch betrachtet handelt es sich also um eine notwendige Fiktion. Man kann aber sehr gut zeigen, dass die Menschenwürde aus dem Glauben an Christus geboren ist. Georg Simmel hat in seiner Philosophie des Geldes die christliche Absolutwertung des Menschen am besten herausgearbeitet. Diese Aufgipfelung des Menschenwertes wird dadurch erreicht, dass die Seele des Menschen nur in Beziehung zu Gott gedacht wird, aber sonst in keiner Relation zu anderen Werten steht. Simmel greift hier eine Überlegung Nietzsches auf, deren schärfste Formulierung sich in einem nachgelassenen Fragment aus dem Frühjahr 1888 findet. Die gesellschaftlichen, verwandtschaftlichen, historischen Verhältnisse sind für die Seele nur Gelegenheiten, Verlegenheiten vielleicht, jedenfalls ist sie nicht deren Werk. Mit dieser Vorstellung ist das Individuum transzendent gemacht. Es darf auf sie hin sich eine unsinnige Wichtigkeit beilegen. In der Tat hat erst das Christentum das Individuum herausgefordert, sich zum Richter über alles und jedes aufzuwerfen. Der Größenwahn ist ihm beinahe zur Pflicht gemacht, so Nietzsche. Diese unschätzbar wertvolle Menschenseele ist gemeint, wenn von Menschenwürde die Rede ist. Und das war eine Antwort für jedermann, denn in der Religion gibt es keine Konkurrenz oder Rivalität. Das Heil ist nämlich nicht knapp. Deshalb kann jede Seele unendlich wertvoll sein. Für Simmel haben dann die Aufklärung und der ethische Sozialismus das Erbe dieser christlichen Uridee angetreten und unter den Titeln Menschenwürde und Menschenrechte bis in die Gegenwart transportiert. Zwar sind heute Menschenrechtsverletzungen für jeden evident, die Menschenrechte allerdings nicht. Die uns so vertraute Rede von Gleichheit, Freiheit und Individualismus ist alles andere als voraussetzungslos. So hat Karl Schmitt immer wieder darauf hingewiesen, dass die staatstheoretischen Begriffe des Abendlandes säkularisierte christliche Begriffe sind. Beim Säkularisierungsbegriff geht es also um den religiösen Ursprung politischer Sätze. Und dafür hat gerade der islamische Fundamentalismus eine hohe Sensibilität. Dandiner spricht genau in diesem Zusammenhang von einem westlichen Begriffsmonopol in universalistischem Kleid. Wer das einsieht, muss sich aber fragen, sollen, ja müssen wir weiterhin den Rest der Welt über Menschenrechte belehren? Ist das unser postchristlicher Missionsauftrag? Tatsächlich gibt es ja heute Ansätze zu einem Menschenrechtsfundamentalismus, der der ganzen Welt die eigenen Werte zumutet und im Zweifel die Humanität über das Recht stellt. Und mit dem Vokabular dieser Idee hat Europa dem Rest der Welt seine Werte vorgestellt. In unserer Reihe Audi Max, das Kontrafunk-Kolleg, hörten Sie einen Essay des Medienwissenschaftlers und Philosophen Professor Norbert Bolz mit dem Titel Menschenrechte und Menschenwürde. Was steckt dahinter? Diese Sendung ist auf unserer Website kontrafunk.radio auch als Podcast verfügbar. makeup.radio